Hallo, ich bin Samiko Rothenberger, ich bin 20 Jahre alt und ich lebe den Traum vom Pony-Mädchen auf dem Reiterhof. Hallo, zurück auf dem sehr, sehr schönen Erlenhof von Familie Rothenberger. Samy, schön, dass wir nochmal hier sind. Sag mal, letztes Mal hast du uns das Wellness Hotel, so nenne ich das jetzt einfach mal für eure Pferde hier gezeigt. Dieses Mal haben wir hier die Seniorenresidenzbewohner. Wen hast du denn jetzt hier mitgebracht? Genau, hier neben uns steht der Dino P. Der ist jetzt 28 Jahre alt und mit meiner Schwester hoch erfolgreich gewesen im internationalen Ponysport. Und der genießt jetzt hier mit seinen anderen zwei Rentnerkumpels sein Rentnerleben und ist topfit. Da hinten haben wir noch einen ganz besonderen stehen. Genau. Allererstes EM-Pony. Richtig. Wer ist das? Das hier ist Domino Dancing. Ja, der ist jetzt 27 Jahre jung, sag ich mal. Und der ist noch topfit und macht einen Heidenspaß. Der ist jetzt hier als Hengst zwischen den zwei Wallachen und findet das ganz toll, mit den anderen hier seine Rente zu genießen. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass man als Hengst so mit den zwei Wallachen alt wird. Aber wir freuen uns riesig, dass das so gut klappt. Und er ist der Boss, nehme ich an. Nee, leider nicht. Also er lässt sich als Hengst ganz schön viel sagen von den anderen beiden und steckt ganz schön viel ein. Aber das war schon immer auch sein einzigartiger Charakter, dass er immer freundlich und immer lieb ist. Und dann haben wir ja noch den Senior der Senioren. Das ist nämlich? Genau. Das ist Konrad. Hocherfolgreich, auch glaube ich super berühmt im Ponysport. Der ist dieses Jahr 30 geworden und wir sind da auch super, super glücklich, dass er noch so fit ist. Und da habt ihr praktisch alle mal drauf gesessen? Sönke nicht. Und ich bin mit ihm, sag ich mal, habe ich meine Anfänge des Dressurreitens gestartet. Ganz, als ich ganz, ganz klein war, noch vor dem Domino. Und ihn durfte ich auch einmal vorstellen in Warendorf zu dem 100 Jahre DOKR. Aber sonst war er hauptsächlich mit meiner Schwester auf Turnieren hoch erfolgreich. Sprich, das große Motto ist, einmal ein Rotenberger, immer ein Rotenberger? Genau. Also das ist bei uns schon die Devise, dass wenn die Pferde oder Ponys so viel für uns geleistet haben und wir so einen Erfolg damit hatten und so viel Spaß damit hatten, dass das auf jeden Fall Familienmitglieder sind. Und die dürfen dann bei uns auch die Rente genießen und alt werden. Na, und davon können wir uns hier, glaube ich, gerade überzeugen. Vielen Dank. Sammy von den älteren Herrschaften. Jetzt kommen wir mal zu den aller, aller Jüngsten. Ihr zieht ja auch selber. Ihr habt auch eigene Fohlen. Was für Fohlen habt ihr dieses Jahr? Genau. Wir haben jetzt hier auf dem Hof sieben Fohlen stehen und da sind hauptsächlich die Dressurfohlen von ehemaligen Sportpferden von uns. Zum Beispiel von der Wolke sieben von meiner Schwester, das Grand Prix Pferd. Und es macht unheimlich viel Spaß, um die dann hier aufwachsend zu sehen und wie die so vom Charakter sind. Ihr macht ja was mit den Fohlen. Das habe ich ganz selten gesehen bisher. Die werden ganz, ganz früh sowieso an Menschen gewöhnt, ist klar. Aber auch an Decke, Plane und so weiter. Da habt ihr einen Herrn, der da ab und zu kommt. Erzähl uns mal davon. Genau. Also wir haben einen Familienfreund, der ist Klaus. Und er befasst sich da ganz intensiv mit den Fohlen. Mit zum Beispiel Plastikplanen oder Geräuschen. Oder er arbeitet im Roundpen, fängt schon früh an mit Führen und dass sie sich an Menschen gewöhnen. Und ja, das ist einfach ideal. Das machen wir jetzt die ganze Zeit, weil die Pferde sich dann schon viel mehr an die Menschen gewöhnen. Das ist gar kein Stress für die, auch wenn die älter werden. Wir arbeiten auch mit den Zweijährigen, mit den Jährlingen, mit den Zweieinhalbjährigen. Da stehen die schon auf der Rampe, auf dem Hänger und werden einfach so ein bisschen... Ja, der Stress wird genommen und die lernen einfach die Menschen schon schneller kennen. Und das ist unheimlich schön, weil man dann eine schönere Beziehung zu den Pferden hat und die auch gar keinen Stress mehr dadurch haben. Jetzt kommen wir mal von der Zucht und Aufzucht von Pferden. Du bist auch Aufzüchterin von zwei Mitbewohnern mal in deiner Wohnung gewesen. Die hast du auch heute noch hier rumlaufen. Schweine. Was sind das für Schweine und wie bist du auf Schweine gekommen? Genau, also wir hatten in der Familie schon immer Schweine. Ich weiß nicht wieso, aber das ist einfach so ein Ding, was wir schon immer hatten, weil die durften bei uns immer die Essensreste essen. Als wir klein waren, haben wir immer nicht ganz den Teller aufgegessen. Und dann haben die Schweine, sag ich mal, ihr Futter bekommen. Und das sind einfach unheimlich intelligente Tiere, die super viel Spaß machen und einfach hier mit auf den Bauernhof, sag ich mal, dazugehören. Und als unsere alten zwei Schweine dann verstorben waren, hatte ich mir ganz tolle Mini-Mikroschweine in der Lausitz gesucht. Und sind wir dann dahin gefahren, Sönke und ich, und haben diese zwei Schweinchen, Nala und Pumba, gekauft und geholt, die ich mir dann in meiner Wohnung großgezogen habe. Und dann irgendwann haben meine Eltern gesagt, so Sammy, jetzt langsam mit den Schweinen in der Wohnung, jetzt wird es langsam mal Zeit, dass die auch mal rauskommen. Und dann haben wir hier ein Schweinegehege eingerichtet und meine Mutter war dann so verliebt, dass wir gesagt haben, komm, direkt noch zwei. Und dann kamen Hanni und Nanni dazu und ja, jetzt haben wir vier Mini-Schweine. Also die sind schon sehr verfressen, also wenn man Futter dabei hat, dann reagieren die auf jeden Fall und kommen auf jeden Fall hinterher. Aber die Nala und der Pumba, die sind auf jeden Fall zwei, die schon meine Stimme natürlich kennen und bei mir groß geworden sind und deshalb auch sehr fixiert sind. Hallo Sammy, ich unterbreche dich mal kurz, grüße dich. Oh, du bist ja sehr fleißig hier am Arbeiten. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Gerade beschäftigt an meiner Hausarbeit. Oha, und läuft. Ja, läuft so weit. Gerade vom Pferd runter, wie viel hast du schon geritten? Schon drei Stück, fertig und jetzt geht's an die Uni. Okay. Sehr gut. Sammy, wenn du nicht auf dem Pferd sitzt, studierst du? Du studierst Psychologie. Das ist, man könnte ja sagen, es hat ganz viel mit Reiten zu tun, weil so ein bisschen Psychologe muss man da, glaube ich, auch manchmal sein, sich in die Pferde reinfühlen. Aber sag uns einmal, wie bist du denn auf Psychologie gekommen? Ich glaube, Psychologie ist ein Fach oder ein Thema, was immer gebraucht wird im Alltag und wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, beim Training oder in jeder Lebenslage. Deswegen ist das, glaube ich, etwas, was auf jeden Fall nicht schadet. Das kann man immer gut gebrauchen. Und da ich mir da nach der Schule noch nicht ganz so sicher war, wo ich hin möchte, habe ich gedacht, das ist eine super Lösung und auch ein sehr anspruchsvolles Studium. Und das hat sehr viele Möglichkeiten für mich später. Ein Psychologe, klar, was blitzt bei uns auf, ist immer so dieses Bild mit der roten Couch. Ist das das Ziel? Das könnte das Ziel sein, aber momentan, ich bin ja jetzt im vierten Semester, bin ich sehr interessiert an die Richtung der A und O. Das ist die Arbeits- und Organisationspsychologie. Und da geht es Richtung, dass man, wie gesagt, in Organisationen hilft, ein besseres Arbeitsklima hinzubekommen. Und was für Leute stellt man ein für den Job? Oder auch in die Richtung der pädagogischen Psychologie. Das geht dann Richtung Schule und Lernen und Lehren. Pädagogische Psychologie, da haben wir ja hier ein wunderbares Werk vor uns liegen. Das hast du schon komplett durchgearbeitet, nehme ich an, oder was sagt uns dieser Schnipsel? Genau, da bin ich gerade dran. Das ist nämlich für meine Hausarbeit jetzt, muss ich gerade schreiben, da jetzt alles online ist, haben wir keine Klausuren mehr, sondern sind jetzt mit Hausarbeiten beschäftigt. Und da geht es gerade bei meiner Hausarbeit um Vorwissen und Intelligenz. Wie machst du es? Erst reiten, dann Hausarbeit oder erst Hausarbeit und dann reiten? Das würde man jetzt eigentlich nicht sagen, aber meine erste Priorität sind natürlich die Pferde und deshalb gehe ich immer erst reiten. Und dann habe ich auch den Kopf frei, um mich dann an den Tisch zu setzen und zu lernen. Und die Intelligenz, das finde ich eigentlich gerade ein ganz nettes Stichwort. Das ist ja nun wirklich wichtig, auch bei Pferden, oder? Wie wichtig ist ein intelligentes Pferd für dich? Auf jeden Fall super, super wichtig. Ich glaube, das ist gerade das, was diesen ganzen Topsport ausmacht, wenn die Pferde mitdenken und mit dem Reiter zusammenarbeiten und die Leistung abrufen. Und wenn man merkt, dass der Reiter eigentlich nur ganz minimale Hilfen gibt und die Pferde dann schon so smart und intelligent sind, um das umzusetzen und zu verstehen. Es kann natürlich auch sein, dass die Pferde manchmal zu schlau sind und Sachen vorausnehmen, aber das ist mir persönlich auf jeden Fall lieber als andersrum. Passiert das manchmal im Alltag, wenn man sich damit so beschäftigt? Dann begegnet man ja tausend Menschen permanent. Fängt man an, die innerlich schon so ein bisschen zu analysieren? Denkst du, ah, der hat da ein bisschen Schwachpunkt? Also muss ich jetzt aufpassen? Fängst du an, mich schon zu analysieren? Also man sagt das schon, dass die Psychologiestudenten da immer unbewusst anfangen, Leute zu analysieren und zu therapieren. Ich habe es in den ersten Semestern, habe ich es schon gemerkt, da habe ich mir immer so Lücken oder so Eselsbrücken gemacht für meine Klausuren. Da ging es dann drum, um was für Arten oder Typ Menschen sind das. Und dann habe ich gesagt, ach so, das ist die Sunny und das ist der Papa und das ist der Sönke. Und dann konnte ich mir das immer ganz gut in der Klausur merken, weil ich genau wusste, ach so, das passt zusammen. Hast du deine kleinen Schubladen dir eingerichtet? Ja, genau, richtig. Aber so richtig therapieren oder analysieren, das habe ich jetzt bewusst noch nicht bei mir gemerkt. Okay, jetzt kommen wir von der Psychologie nochmal ins ganz Normale. Beschreib dich mal mit drei Stichworten. Ich würde sagen, dass ich sehr zielstrebig bin, dass ich immer irgendwie versuche, Sachen positiv zu sehen und da versuche immer irgendwie einen witzigen, lässigen Punkt zu finden. Und dass ich sehr kreativ, so thinking outside of the box bin. Ich bin nicht so der Typische, der immer alles gleich macht und ja, wenn das Sinn macht. Eine letzte Sache wirst du uns noch verraten, hoffe ich. Jeder hat so ein kleines Last, aber den meisten ist es die Schokolade nachts aus dem Kühlschrank holen. Was ist es bei dir? Ja, da trifft es eigentlich ganz gut. Letztens hat mein Freund schon gemeckert, hat gesagt, das ist nicht normal. Unbewusst im Schlaf renne ich dann schon mal zum Kühlschrank und hole mir so eine Tüte Schokobonks und morgens, wenn man dann aufwacht, hat man so einen Berg von Schokobonkpapier neben dem Bett liegen und man denkt, ups, war doch mehr als gedacht. Also das ist, glaube ich, schon etwas, wo ich ein Schloss ans Kühlschrank machen sollte. Du kannst ja nichts dafür, passiert ja im Schlaf. Nicht so bewusst. Also für mich ist es generell in jeder Lage wichtig, dass man elegant aussieht und dass alles zusammenpasst. Und ich glaube, das ist auch im Dressursport wichtig, dass es elegant aussieht, nicht nur vom Reiterlichen her, sondern dass auch das ganze Outfit zusammenpasst. Und deshalb macht mir Mode auch im Alltag super viel Spaß. Samy, jetzt haben wir sehr viel über dich erfahren. Samy, die die Pferde und die Schweine liebt. Samy, die die Sportliche und Berufliche richtig viel vorhat. Da liegt es ja sehr nahe, was ich mitgebracht habe. Als kleines Dankeschön natürlich ein paar Glücksschweinchen. Dankeschön. Samy, vielen tausend Dank. Wir hatten einen irre Tag hier heute bei dir auf dem Erlenhof. Wirklich viel, viel, viel erlebt, viel gesehen. Tausend Dank dafür, dass wir hier zu Gast sein durften. Und das nächste Mal sind wir nämlich zu Gast bei Familie Tebbel. Das ist praktisch heute die totale Dressurfamilie und die Tebbel die totale Springfamilie. Viel Zeit bei Monstro. Bis zum nächsten Mal.